hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von lego marvel super hier wirst ich will mich wieder leiser machen ich fühle mich aber viel zu laut hier am schreien ich fühle mich am schreien ähm warte mal so wir wollen ja weitermachen mit dem bonus erwähnen was haben wir denn als nächstes so wir hatten letztes mal neben die fäuste hoch er hat so ein fetter mal endlich abgenommen nächstes mal kommt papierkrieg mal gucken da ist ein trompeter was geht da ab hey hey ich bin's mit weiteren geschichten vom pool drüben im büro vom daily bugle agent coolersohn sorgt dafür dass doch ob das chaos beseitigt dass er angerichtet hat ihr kinder rennt sofort hier auf oder ich verrate allen dass dein zweiter arme olivia ist und du alle augenklappen von nick fury kaufst ist einer dieser arme vielleicht ein staubsauger was für eine unerträgliche demütigung für solch einen überlegenen intellekt Ja, der arme Dr. Bus Muss ja hier wieder aufräumen Na gut, für halt Scheiße Baut, musst du halt auch wieder gerade biegen Und selbe Office war es halt auch Ziemlich unaufgeräumt Muss man ehrlich sagen Ist das Peter Parker? Da war gar kein Peter Parker Das glaubt ich nicht Wir müssen erst mal das Fenster reparieren Lass uns erst mal das Fenster reparieren Das wäre vielleicht mal schön Eierlade Das ist gar nicht gut, was der Doktor hier macht Aber egal, Kursen hilft ja nicht Okay, haben wir schon mal die Bogen Noch den Umriss Die andere Seite auch noch Stehen dann nur noch die Scheiben Ah, kann ich sie auch benutzen Die armen Tauben Die Tauben mir Was steht der? Weil Tauben und so Ja, wenn Deadpool da irgendwas umschreibt Das wird hier in Ordnung Okay Dann lass uns die Tür mal bauen Endlich Du hast ganz schön Zeit damit gelassen Gern geschehen Biedeschön Okay So, jetzt brauchen wir noch so eine Art Drucker oder so Dann das Feuer entfernen Und natürlich hier Staubsaugen Ey, immer die Direxarbeit hier machen Wurde er beim Angriff beschädigt? Äh, ja Mein Privatjet auch Kann ich deine neuen haben? Ey, dein Privatjet war ganz woanders Dein Privatjet ist mir aber auch so kackegal So, jetzt ist mal hier das Feuer Weg machen Hier, was steht der da die ganze Zeit rum? Geh doch da raus Aus dem Feuer Was? Dr. Oeklopos kann hier was kennen? Ah, der kann jetzt helfen Warte So, zieh mal Ah Das ist bestimmt die Ähm Wie heißt denn das? Abstellkammer Genau Die Abstellkammer Hab ich so Der Boden könnte mal wieder geputzt werden Ja, auf jeden Fall Saugt, meinst du er? Dann mal Ey Wer tut denn sowas? Also wirklich Eine unverschämte Achso, ich muss das hier im Tournament Machen Digga, ist das da scheiße drin? Bäh Haben da wahrscheinlich irgendwelche Hunde gekackt Und dann Hat der das mitgesaugt Wolf 1 von 3 Den Rest muss ich ja nicht aufräumen Das ist ja nicht meine Sache Komm runter So Jetzt soll ich noch hier löschen Ne, hier riecht es ein bisschen verbrannt Komm Jawohl Oh Mann Ich dachte schon Wir kriegen dieses getrocknete Katzenfutter nie von der Decke Aber hey Man könnte jetzt hier glatt vom Boden essen Gut, Ladies Ich nehme alles zurück Was ich hier bei euch drucken ließ Doc und Colson Ich mag euch Ihr könnt meine Schwester heiraten Auf ein Jahresabo für den Daily Pudel Gibt es 50% Rabatt Alter Bild-Zeitung lässt grüßen Gut Haben wir mal wieder aufgeräumt Das ist doch schön Das war aber auch echt kurz Irgendwie so 5 Minuten Naja So sind halt die Ähm Sind halt die Level Die Bonuslevel So Jetzt Stuntshow mit Überraschung Oh Gehen wir jetzt in den Zirkus Beim Central Park Alles klar Hey Guck mal Hawkeye und Black Widow Im Zirkus Oh oh Sieht aus als spielt Iceman anstandstabe Hä Als ob unser Bogenschütze Nicht schon genug zu bedauern wäre Jetzt steigt auch noch Nightmare in den Ring Dieses Trio wird Hilfe Mit dem Typen benötigen Brrm 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 Da ich nicht zur Verfügung stehe Kann ich Ghost Rider Wärmstens empfehlen Der Ghost Rider ist am Start Das ist nicht gut Na endlich mal hier wieder ein bisschen Action Okay Ghost Rider und dieser Gift Munch Dieser Furcht Mensch Ist auch noch am Start Oh und Mr. Britannian Mr. Britannian Ist auch noch hier So Warte mal Warte mal Warte mal Ah Auf mich umzufahren Da kann ich das ja gut machen Also wenn der hier So kurz seine Runden dreht Hauen wir mal den Furzkopf Auf die Fresse Äh Hier muss man Ja ich hab's doch gesehen Okay Jetzt geh mal kurz Angeln Hoffentlich Schnappst du die ein Wenn du einen Hei schnappst Bekommst du Zwei Waffeleisen Okay Jetzt kann ich hier wahrscheinlich Eine Rampe bauen Oder so Oh mein Gott Ich hatte ja recht Falsch abgebogen Kommt der da noch? Ja tatsächlich Boom Jetzt ist er jetzt in die Kiste gefallen Geile Show Da würde ich halt auch sein Ich wollte das Black Widow muss auch immer im Weg stehen Dort Äh Dann Wie komm ich hier rauf? Sag mal Da hinten ist wieder was Zum kaputt machen Komm ich hier vielleicht An mir rauf? Ne Äh Ist er zu blöd dafür? So So Hier eine Kiste So Da Mach ich hier die Kiste kaputt Ja tatsächlich So Komm ich hier rauf Ein Trampolin Boah Trampolins Sind so cool Wirklich Generell Sowas wie Die Hüpfburg Also Alles mit Hüpfen Sowas wie ein Trampolin Park Oder kennt ihr Jump House Das ist halt auch so geil Komm Wo ist jetzt hier? Furzmann Ha Digga Du sollst hoch Na los Meine Güte Und eine weitere Rampe Für den Ghost Rider Wo kam der jetzt eigentlich gerade raus? Ist er durch Das Zelt gefahren? Ich glaub schon Jaja Winke Winke Krieg's ja ja auf die Fresse Ja Wart's nur ab Ja natürlich Muss er abhauen Scheiß mal auf die Skelette Die sind eh fake Ich muss da einen Wagenkopf machen Halte mal still Oh ne Der geht mir Hätten schön auf den Dack Ja nur noch ein bisschen Ach Er ist gecrashed Er hat einen Platten gehabt Okay What are you now doing? Ah hier können wir Spawn Diesmal ist es Eine Kanone Damit ich da rauf kann Ah ich seh Da oben geht's noch weiter Los Zeig mal Zeig mal deine akrobatischen Künste Zack Und Ey Mach Mund auf Geh happy happy Jetzt fliegen da diese Ballons Und jetzt hab ich wieder eine Rampe gebaut Voll gegen den Rücken Guck mal er ist schon Komplett gedoped Ich hätte dir das Wort gedoped Hier was soll das für ein Wasser Hä Ist das auch wieder Giftwasser Ich wette das tut weh Der Verabredung steht wohl jetzt nichts mehr im Weg Ihr beiden Kinder seid schön brav um 10.30 Uhr zu Hause Sonst setzt es was Das sieht nach schönen Träumen aus Gute Nacht Jawohl Wir haben es mal wieder geschafft Gut Ich will mal ganz kurz gucken wie viele Feen uns denn noch Ja Eins Zwei Drei Vier Fünf Gut Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bei Reptilenanlagen Ja ich hoffe jetzt gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao Ciao Ah ich wollte mich fallen lassen Ah jetzt Gut Haut rein Ciao 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 Ciao